Ich habe Nina für ihren tollen Abschluss einer Reise nach Paris gebucht. Aber sie hat doch Montag ihren ersten Arbeitstag. Ja dann, müssen wir wohl die Koffer packen. Ein Studium an der DHBW hat viele Vorteile – für Ihr Kind und für Sie. Der Großteil der Absolventen wird direkt nach dem Abschluss übernommen. Weitere gute Gründe für ein Studium an der DHBW finden Sie unter dhbw.de. Die Duale Hochschule – eine Erfindung aus Baden-Württemberg. Aber es sind keine Shoppingtouren. Aber es ist doch Paris!